so wie ihr seht sind wir hier in einem nebenraum das war früher mal das öl tanklager hier habe ich eine schneideplatte diese schneideplatte da gibt es natürlich verschiedene möglichkeiten dieses einfach eine ganz normale pressplatte die auf der einen seite rau auf der anderen seite glatt ist kriegt man fast in jeder tischlerei für lau oder für kaffee weil das verpackungsmaterial für die wertvollen holzplatten ist das heißt die lieferanten liefern diese platten meist immer als müll mit ja dann brauchen wir ein genial ich habe mir hier so ein plexiglas streifen gemacht mit einmal mit zentimeter an oder millimeter angaben dann hier auch noch mal um breiten einmessen zu können dann brauchen wir den rollenschneider so und jetzt kommen wir zu einem das wird immer viel überall steht dann da müsst ihr dann transfer klebeband oder oder man kann auch diesen scotch 77 sprühkleber nehmen das habe ich mal versucht aber damit dem bin ich überhaupt nicht glücklich geworden da packten mehr die finger aber nichts war ein modell wo es hin sollte und dann kam das auf ich glaube das habe ich von die idee ist glaube ich von dem blatt wackermann aus holland der dann aber schrieb man muss das im ganzen karton kaufen also sprich irgendwie 40 50 rollen geht gar nicht aber mittlerweile mache ich natürlich wieder werbung amazon.de 33 meter für irgendwo 12 13 euro das heißt man kommt da relativ lange mit hin es gibt zwei verschiedene stärken es gibt ihn einmal in 19 mm die benutze ich bei dem flächenbau und für die scharniere in den flächen und einmal in 12 mm für leitwerke benutze ich das die rolle so dafür benutze ich da brauchen wir noch eine ganz normale meine normale küchenschere nichts anderes besonderes ich schneide das gewebe dann so hierfür benutze ich ein ganz normales glas gewebe für die nasenleisten das ist ein 50 gramm gewebe also das heißt 50 gramm pro quadratmeter naja dann lege ich hier einmal mein lineal auf so das transfer klebeband das hat eine seite klebt backt das schon man merkt das hier man sieht dass das ist eigentlich nicht so schön aber die andere seite hat den abzieherrücken so und ich mache mir dann immer gleich mehrere streifen ich mache das mal bei zwei und vor so eine klebe ich den nächsten einfach daneben man braucht nicht unbedingt die zwölfer kaufen man kann natürlich auch das breite nehmen aber man hier mal richtig darauf achtet sind hier lauter quadrate drauf und wenn ich das mittlere quadrat durch schneide halbierig ist genau das heißt ich habe dann nur die hälfte so einmal glatt streichen im karten und schneider an der kante lang so nun habe ich einen streifen schere angesetzt braucht man nicht mal die hand bewegen schneide es einfach so jetzt der letzte rest und schon habe ich ein glas streifen auf der rückseite mit doppelseitigen klebeband so man gibt es gibt natürlich noch eine andere mögliche hat mich gerade mal eben darauf hingewiesen wir haben das früher mit mit einem stift gemacht oder mit einem klebe stift dies ist aber eigentlich viel eleganter weil ich schneide mir dann wirklich diverse streifen zum beispiel hier kevlar gewebe oder auch glas gewebe mache ich mir da gleich mehrere davon hier mal eben fertig gemacht wird gesehen das geht rucki zucki hat man für einen augenblick ruhe braucht das ganze equipment nicht wieder hervorholen so nun einfach das klebeband angesetzt in der mitte einmal über die nase ihr braucht auch keine angst haben dass sich die nase nachher ablöst wir haben bahn für die hallenflieger im depon mit diesem doppelseitigen klebeband zusammengeklebt das kriegt man kaum wieder auseinander wenn das ein augenblick drauf ist hält es so dann möglichst falten frei um die ecke rum abgeschnitten und fertig ist unsere nasenleiste mit ruder dieses ruder ist jetzt laminiert fertig das fertige ergebnis ist das hier das ist der urzustand